Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute zu einem kleinen Podcast zusammengekommen. Begrüßen darf ich Alexandra Schotte. Sie ist im Vorstand der Internationalen Herbert-Gesellschaft und wir dürfen heute uns ein bisschen mit Herbert beschäftigen. Sind Sie bereit? Auf jeden Fall. Wir können gern starten. Wunderbar. Seit wann sind Sie denn schon hier in der Herbert-Gesellschaft aktiv dabei als Mitglied? Also als Mitglied bin ich 2009 dazu gestoßen und eigentlich in einer Doppelrolle sowohl als Mitglied und gleichzeitig dann auch schon als Vorstandsmitglied. Also insofern war das eigentlich ein Doppel-Einstieg gewesen. Ja und der vollzog sich an der Universität Eichstätt. Dort war quasi auch die erste Tagung, an der ich teilgenommen habe. Die hatte bestimmt auch ein Thema. Welches Thema hatte die denn? Es ging um Herberts Ästhetik. Also das war quasi mein Beginn, mich näher mit Herbert eigentlich zu beschäftigen. Also ich kannte ihn natürlich und kannte auch seine Biografie und auch während des Studiums hatte ich natürlich auch schon einiges gehört, auch zu seiner allgemeinen Pädagogik. Aber irgendwie, ja, er war eine, man wusste natürlich, er ist eine wichtige Person der Pädagogik-Geschichte. Aber so richtig näher habe ich mich eigentlich erst beschäftigt, ja, aufgrund der Vorstandsarbeit und die natürlich eine inhaltliche Arbeit mit sich brachte. Und dann auch gleich direkt mit dem Thema Ästhetik oder was war so der, das erste Thema, was Sie so am meisten gecatcht, gegriffen hat und wo Sie sich dann gedacht haben, da möchte ich mehr mich noch reindenken? Also es war tatsächlich Ästhetik, was damit zusammenhängt, dass ich gleichzeitig die Herausgeberin des Tagungsbandes war und insofern musste ich oder habe ich mich dann natürlich in die Ästhetik beziehungsweise auch in seine Frühschrift, die ästhetische Darstellung der Welt hineingelesen und dann peu a peu natürlich das Spektrum erweitert. Und ja, das hat natürlich auch Jahre gebraucht irgendwie, um den Horizont bei Herbert abzustecken. Also ich denke, wir sind ja beim Du und ich denke, du weißt das ja, also Herbert ist ja äußerst komplex und es braucht wahrscheinlich schon einige Jahre, um seinen Denkhorizont irgendwie, also ich will nicht sagen vollständig zu erfassen, aber zumindest in wichtigen Punkten zu erfassen. Also das dauert wirklich über Jahre. Ja, und inzwischen habe ich mich eigentlich immer näher vorgearbeitet, auch zu seiner Psychologie. Also was ich sehr spannend finde, muss ich sagen. Ja, die Ästhetik war dann ein Einstieg, aber eigentlich ist die ja auch schon mittendrin im herbertischen Denken. Mit welchem Thema könnte man sich denn als erstes bei ihm beschäftigen, wenn man einen guten Einstieg finden möchte in das Thema Herbert und seine Pädagogik? Also was ich eigentlich ganz schön finde, also man könnte, es gibt ja mal, wie fängt man an? Natürlich kann man unterschiedliche Zugänge wählen. Ich finde eigentlich seine Biografie ganz spannend, weil da eigentlich bestimmte Grundfigurationen irgendwie schon verortet sind, die sich dann in Verarbeitung auch in seinem Werk wiederfinden. Zum Beispiel das Thema von Nähe und Distanz, also was sich ja auch in der Figur des pädagogischen Taktes wiederfindet. Und wenn man, oder wenn ich jetzt ganz speziell, also auch von dir gefragt werde, was ich denn jetzt konkret aus seinem Schrifttum, womit man beginnen könnte, muss ich sagen, man könnte tatsächlich mit seinen ersten, also zumindest den ersten beiden überlieferten Vorlesungen beginnen, wo er ja die Figur des pädagogischen Taktes zumindest umreißt, skizziert. Man findet sie ja zumindest in der Konkretion, in späteren Schriften nicht mehr, obwohl sie ja eigentlich eine Figur ist, die sein Werk durchgehend begleitet. Aber er nimmt sie zumindest in Konkretion nicht noch einmal später auf. Ja, in seiner Biografie spielt ja auch seine Mutter immer wieder eine Rolle, was ja auch Nähe und Distanz in einer gewissen Weise, dieses Nachreisen, das Beobachten, merkt man da irgendwie in seinen Schriften nochmal, dass es ihn besonders geprägt hat? Das würde ich auf jeden Fall denken. Also die Eltern oder es ist ja ein sehr kompliziertes wahrscheinlich Beziehungsgefüge gewesen. Die Mutter, die ja sehr bemüht ist, dass ihr Sohn doch einen, naja, vielleicht auch Lebens- und Bildungsweg einschlägt, der ihm auch Türen öffnen soll. Und gleichzeitig ist aber auch eine Fürsorge, Kontrolle immer mit involviert und dann das Verhältnis zu seinem Vater. Also natürlich können wir ja nur Annahmen ableiten, was wahrscheinlich auch nicht ganz komplikationslos gewesen ist. Da scheint ja doch so eine bestimmte Distanz auch durchzuscheinen. Der Vater als Justizrat und er soll ja auch diesen Lebensweg einschlagen, entscheidet sich dann aber doch für einen etwas anderen Weg. Also ich denke, das kommt tatsächlich dann in der Figur des pädagogischen Taktes irgendwie zum Tragen. Also auf der einen Seite vor einer bestimmten Überwältigung zu bewahren, also durch eine bestimmte Distanz. Und zugleich ist ja der Takt aber auch ein bestimmtes Verhältnis von Nähe, was natürlich auch, wir hatten ja den Führungsbegriff, was ja irgendwie auch eine bestimmte Form der Fürsorge und Führung mit einkalkuliert, ohne überwältigend zu sein. Und gleichzeitig auch den Charakter einschließt und der Wille, der da eben noch dabei ist, sich dann für das, für den Willen zu entscheiden, das zu wählen, was man auch durchsetzen möchte und durchsetzen kann. Und da sind wir dann auch wieder irgendwie bei der Ästhetik. Gibt es da eine Verknüpfung, die man nochmal schaffen kann von der ästhetischen Wahrnehmung zu eben dem moralischen, zu der moralischen Entscheidung, zu dem, der Willensentscheidung? Also das finde ich ja auch ganz interessant bei Herbert, also dass eben Ästhetik oder Willensentscheidung ja keine nur rationalen Entscheidungen sind, sondern dass ja immer auch eine bestimmte Komponente getragen ist von der Emotionalität und wie transportiert man Emotionalität beziehungsweise wie bringt man das Urteilen? Das ist ja, und das ist ja eigentlich das Schöne bei Herbert, dass er ja probiert, quasi mit der Ästhetik quasi eine Komponente einzubringen, die quasi sowohl die rationale Komponente und die emotionale ergänzt. Und ich fand das eigentlich auch ganz schön, dass man ja doch bei Herbert so ein bisschen, was bedeutet denn eigentlich Ästhetik oder wie soll es denn in Konkretionen aussehen, eine ästhetische Urteilsschulung, an was soll die denn geknüpft sein, dass er dann doch bestimmte Vorstellungen hat, wie die vermittelt werden kann. Also etwa über die Odyssee, also er spricht natürlich hauptsächlich Knaben an, aber es soll ja etwas sein, von dem man annehmen kann, dass es Kinder, Heranwachsende in einem bestimmten Entwicklungsstadium auch wirklich anspricht. Also dass da auch wirklich ein bestimmtes Interesse oder beziehungsweise Interesse aufgeschlossen werden kann. Und auch was sein ästhetisches Verständnis als solches angeht, das finde ich ja auch ganz interessant. Also weil es natürlich auf der einen Seite zeitgebunden ist, also er ist ja ein Verehrer auch von Beethoven und hat natürlich auch ein bestimmtes zeitkontextualisiertes Verständnis. Und auf der anderen Seite hat er aber auch eine bestimmte Form von universalem Ästhetikverständnis. Also das finde ich eigentlich schon, also wie man probiert quasi Willen oder Willensschulung an Ästhetik überhaupt zu knüpfen, das ist natürlich wirklich auch als solches ein interessantes Thema. Die Odyssee und die Odyssee am besten auch noch auf Altgriechisch. Ja, genau. Und dann Beethoven, das sind ja alles Dinge, die sind heute ja nicht mehr so vorhanden. Also keiner liest mehr die Odyssee auf Altgriechisch, keiner hört wenige hören Beethoven. Heute sind ja andere Themen oft mehr im Zentrum des Denkens. Und wir sind ja hier in der Herbert-Tagung, um uns mit diesem Thema mehr zu beschäftigen, noch näher zu beschäftigen und vielleicht das auch auf die Jetztzeit zu übertragen. Ist das möglich? Hat das einen Mehrwert für unsere Gesellschaft? Also ich denke grundsätzlich, also das ist ja eine berechtigte Frage. Also es geht ja tatsächlich um die Aktualität auch, was können wir da übertragen, übernehmen? Und das stimmt. Also es gibt auch einen Aufsatz von Klaus Prange, wo es um die Ästhetik im Zeitalter der nicht mehr schönen Künste geht. Ja, also wir haben ja heute nicht mehr diesen geschlossenen Kanon, wie er vielleicht für die Zeit Herberts noch denkbar gewesen ist. Wir haben ja heute einen ganz anderen ästhetischen Kontext vor uns liegen. Und natürlich werden wir heute vielleicht, ja, Heranwachsende nicht mehr mit der Odyssee so begeistern können und für ein bestimmtes ästhetisches Verständnis aufschließen können. Aber ich denke, die Ausgangslage, die können wir ja auf jeden Fall übernehmen. Also ein bestimmtes Bildungsverständnis oder Erziehungsverständnis, was mit Ästhetik verkoppelt ist und darüber eine bestimmte Willensschulung vornehmen. Ich denke, dieser Gedanke ist ja nicht veraltet. Den kann man natürlich inhaltlich anders auffüllen, wie es heute sicherlich dann auch notwendig wäre. Und deswegen ist auch das immer weiter denken und immer weiter daran arbeiten und dass Herbert nicht in Vergessenheit gerät. Und zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Welcher Aspekt ist für Sie aktuell gerade der, der zu kurz kommt, der von Herbert angesprochen wird, heute vielleicht vergessen, vielleicht nicht mehr beachtet ist, aber den du jetzt nochmal hier in den Mittelpunkt rücken willst zum Abschluss unseres Podcasts und sagen willst, darauf müssen wir in Zukunft noch achten. Also ich denke mal, zentrale Komponenten sind erschlossen. Also da wird man jetzt vielleicht nicht was ganz, also ich weiß es nicht, also vielleicht findet man noch irgendein Körnchen, was noch nicht in dem Sinne. Vielleicht könnte man noch stärkere Verkopplungen heute mit der Psychologie vornehmen beziehungsweise auch an der einen oder anderen Stelle mit der Metaphysik, wobei man natürlich sagen muss, hier sind natürlich auch Gedanken, die sind historisch. Ja, also eine Vielzahl ist historisch, aber es gibt eben auch bestimmte Momente, die sind zeitübergreifend gedacht. Und da könnte man sicherlich manches noch stärker verkoppeln, also pädagogische Gedanken noch stärker mit psychologischen verkoppeln. Da könnte man sicherlich noch einige stärkere Verbindungslinien aufsuchen. Also Herbert, geschichtlich jetzt immer noch wichtig. Wir können Dinge übertragen, wir können Dinge jetzt immer noch sehen. Und dazu wollen wir vielleicht auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen anregen, noch weiter darüber nachzudenken, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Herbert, ein sehr interessanter Charakter. Und nächstes Mal geht es weiter in Karlsruhe, so habe ich gehört. Ja. In zwei Jahren. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also wir waren ja schon mal mit der Herbert-Tagung in Karlsruhe gewesen. Das war 2015 gewesen. Und ich denke, das ist wirklich, also es ist ein guter Ort, also Tagungsort. Nein, und ich denke auch, wir haben ja schon mal als grobe Idee Bildung, Bildsamkeit. Und das würde ja quasi auch darauf hinauslaufen, auf bestimmte Verkopplungen, die man eben mit dem Werk vornehmen könnte, um noch bestimmte komplexere Aspekte herauszuarbeiten. Eins von den Themen, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Das kommt dann als nächstes 2025 in Karlsruhe. Hoffen wir. Und bis dahin sagen wir, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.